Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir machen uns jetzt eben einmal auf den Weg zurück ins alte Lager. Suchen da Dusty oder wie der jetzt hieß. Hier genau, äh, genau Dusty. Sein Kumpel Dusty aus dem alten Lager hier rüber holen. War doch klar, dass... Und... Ja, dann... Dann haben wir bei, äh... Tondalf oder wie der jetzt hieß. Auf jeden Fall noch ein... Noch ein Ball, der dann auf unserer Seite ist, damit wir hier dem Sumpflager anschließen können. Da müssen wir aber auch schauen, wie wir uns dem alten Lager und dem neuen Lager auch nochmal anschließen können. Aber es fehlt ja nur noch Dexter, glaube ich, im alten Lager, damit wir den anschließen können. Ähm... Ja. Genau. Durch den Wald gehen wir lieber erstmal noch nicht. Sondern außen rum. Weil... Wir brauchen da, glaube ich, noch... Ne, wo war denn das nochmal? Hier, B. Stufe 5. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Damit wir die nächste Stufe erreichen. Und dann können wir uns eigentlich mal den Schwertkampf und so weiter, beziehungsweise einhändige Waffen mal anplanieren. Jo, Yoshi da hinten ist in seinem Terrarium voll am Abdrehen. Boah, ich müsste mal auf Instagram Fotos mal von Yoshis veröffentlichen. Ich habe hier eine kleine Schildkröte. Und... Auch erst seit ein paar Tagen. Und der geht hier voll ab. So. Aber egal, wir gehen jetzt zu Dusty. So. Und da wären wir von dem alten Lager. Bisher können wir eigentlich auch nur bei Diego im Bett petten quasi, ohne dass er meckert. Er ist der einzige, der nett zu uns ist. Lass uns lieber los, Schatz. So. Wo finden wir Dusty? Lass mal abwarten. Es wird nicht zu heiß gewesen. Ist das das die? Nein, das ist ein einfacher Schatten. Aber was nicht will eigentlich Teil vom alten Lager sein. Feuermann. Gorheins, Kirgo. Ah, ja genau. Hier sind ja die Kämpfer. Hier haben wir Skatty. Ah, Skatty müssen wir auch noch überzeugen. Stimmt. So. Dann müsste... Nee. Snack. Snack. Gut, dass der nicht mehr uns hinterher läuft. Aber auch gut, dass wir den nicht abgemuckst haben. Diego. Grimm. Schatten. So. Gaddis. 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 So. Okay, da müsste das nicht hier irgendwo sein. Schatten. Buddler. Oh, wie ist denn der Dude? Noch ein Buddler? Mit einer Gitarre? Noch ein Buddler. Oh, ist... Wer ist denn das? Egal. Ah, ne, hinten auf dem Mark war er bestimmt. Oder? Wahrscheinlich hast du... Kein Schmerz. Du quatschst. WALTARAN? Mudler? WALTARAN? 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 Da ist ja jemand. Graham. Okay, wo haben wir das Ding? Sly? Äh... Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also, äh... Halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lüge ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Äh... Was kann ein gutes Wort von dir denn bewirken? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Hm... Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay. Wir haben... eine Kette von Neck. Anhänger. Neck ist tot. Ähm... Aber die Kette würde ich gerne behalten wollen. So, aber wo finden wir jetzt das die... Jesse? Noch ein Buddler? Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur zehn Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nö. Ne, das wollte ich nicht. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Den will ich loswerden. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hey! Was hat er hier? Eine Klinge? Nehmen wir mit. Fackel nehmen wir mit. Sein Erz. Sein Radiermerzer. Seine Spitzhacke. Lass mich vorbei. Ich hab vor, dich vorbeizulassen. Okay, gegen den sind wir stark genug. Der lebt aber noch. Oh, oh. Nagelbeil, den nehmen wir mit. Keine Panik. Hast gewonnen. Alter, ich bin stark genug gegen den auf jeden Fall schon. Äh, Jackal? Äh, Jackal? Äh, ich hab nochmal überlegt, über... Ne, das will ich lieber nicht. Äh, ich würde dann lieber hier ein Save-Game machen. Aber jetzt... Ich hab jetzt nicht erwartet, dass wir gegen den, äh, zurechtkommen. Dass wir den, hier besiegen könnten. Aber wo finden wir jetzt Dusty? Noch ein Buddler, noch ein Buddler. Ein Buddler will ich nicht werden. Buddler, Buddler. Buddler. Gibt's hier keinen Dusty? Noch ein Buddler. Bringen wir mal hier runter. Wofür war das die? Buddler. Buddler. Gadist. Buddler. Ball. Pares. Dexter. Äh, wo? Wir fragen mal einen, der... Buddler hier. Äh... Wo finde ich... Torus, Diego... Ne, ich suche Dusty. Vielleicht der da oben mit dem Kreislaufproblem? Komme ich da irgendwie hoch? Äh... Jetzt stecke ich hier gleich... Okay, doch. Whistler. Äh... Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Okay. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay. Äh... Okay, hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hole das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Ne, äh... Wir holen uns das mal. Von Fisk, glaube ich, war das. So. Wo ist Fisk? Dexter. Buddler. Wo ist Fisk? Noch ein Buddler. Hey du! Wo ist Fisk? Da oben. Der mit dem Kreislaufproblem ist Fisk, okay. An dem komme ich jetzt aber erst, glaube ich, so nicht ran, oder? Doch. So. Äh... Zeig mir deine Ware. Ich will ein Schwert kaufen, was mit Ornamenten wäre. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? 110? Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Okay, geil. Fisk hat hier erstmal schön Kreislaufprobleme. Gut. Aber dann haben wir wenigstens noch einen Fischbrecher. Äh... Fisk will jetzt 110 Erz... Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. So, einen Moment. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. So, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Äh... Ich kriege dein Schwert. Ich hab dein Schwert hier. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin. Mach's gut. Jo, dann können wir mal gleich auch Diego fragen. Sobald wir Dasty gefunden haben. Aber wo finden wir jetzt Dasty? Ich hab keinen Plan. So. Da haben wir Dexter. Für den müssen wir ja... ...hier immer noch... ...im Subgebiet uns anschließen damit wie... ...oder zumindest so tun. Wenn wir von äh... ...hier das Ding da kriegen. Das Kraut. Das Rezept für das Kraut. So, wo finden wir jetzt eigentlich... ...Dasty? Ich würd sagen, wir gehen auch mal hier hoch. Vielleicht ist Dasty Dasty? Sie? Nein, 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 nein. Ja. Lass mich mal hier runter. Hier haben wir Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst. Heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Äh, wo bist du denn? Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Thorus mich hier eingesetzt. Aber Neck ist tot. Äh, warum sammest du nicht trotzdem Schutzgeld? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein. Und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Buddler aus diesem Viertel. Aber die Buddler... Die Buddler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ah, okay. Äh, warum sammelst du, äh, oder hier wegen Neck? Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Nee, der ist tot. Jetzt habe ich ein Problem. Äh, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketti. Ne Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Necks Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Mhm. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ah, okay. Lass mich mal vorbei. Okay, wenigstens haben wir das erledigt. Haben wir eigentlich die, äh, Dingens noch. Okay, Armlet des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Kasse. Den haben wir noch behalten. Hey, da. Da hast du noch mal Glück gehabt. Okay. Der ist nicht Dusty. Der ist auch nicht Dusty. Gibt es hier jemanden namens Dusty? Das ist ein Schattel. Hey, da hast du noch mal Glück gehabt. Okay. Aber ich glaube, die ganzen Budlau könnte ich alle jetzt auseinander nehmen. Kluges Köpfchen. Ich suche das die... Ich suche das die... Ich suche das die... Ich suche das die richtige Entscheidung. Sag mal, wo könnte... Wo könnte er jetzt sein? Okay. Noch ein Budlau. Noch ein Budlau. Hä? Lass ihn nochmal starten. Oh, hier gibt's Stinken. Kann es sein, dass das hier meine Hütte ist? So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Hier haben wir Guy. Das muss ein Hoodler sein, auf jeden Fall. Da haben wir wieder Fletcher. Wo könnte das hier sein? Kann gefühlt, 1000 Jahre dauern, dass wir den finden. Nein, die Bilder. Komm, ich will da hoch. Okay. Hat wenigstens jetzt so geklappt? Was steht denn da drauf? Kann ich nicht lesen, ne? Muss ich hier mal los irgendwelche von denen anquatschen? Alles klar? Alles klar? So klar, wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Okay, äh, gibt es die Leute, die ich kennen sollte? Ich glaube, ich muss hier einfach random die Butler anquatschen. Danke, alles gut. Halt die Ohren. Einer davon ist dann das Team. So. Wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Okay, äh, ich will mehr über das Lager hier, dann werde ich hier das nochmal kommen. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Okay, egal. Watschen wir mal andere Butler hier an. Irgendeiner von denen wird ja wahrscheinlich das Design. Ja, doch klar, dass er... Nein? Nein, den. So, wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, ich bin zufrieden. Niemand schickt mich. Ein Neuer. Okay, dann lasse ich den auch mal in Ruhe. Aber hier kann auch mal Diego nochmal anquatschen. Wo haben wir den? Da sitzt er. Und? Das ist Grimm, okay. Hier, Diego. Äh, wie sieht es mit meinem Ansehen aus? Wie steht es mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Ah, okay. Mach's gut. Also, warte mal, dann suchen wir noch mal den anderen Typ da oben. Und quatschen wir noch mal hier mit dem... Nee, nicht mit Graham, sondern mit dem Mutter. Vielleicht ist er hier wie stets. Wie stets. Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Okay, äh... Das, die finde ich jetzt irgendwie gar nicht. Vielleicht ist das hier das, die. Wie sieht's aus? Ich habe die letzten zwei Wochen in der Mine geschuftet. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Also geh mir nicht auf den Sack. Äh... Gibt es hier noch was Interessanteres als Hütten? Gibt es hier noch irgendwas Interessanteres als Hütten? Abends kannst du dir in der Arena ansehen, wie sich die Gardisten gegenseitig die Fresse polieren. Das ist den Eintritt glatt wert. Hä? Äh... Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Ganz einfach. Du schnappst dir eine Spitzhacke und gehst in die Mine. Etwa die Hälfte von deinem Erz geht für Schutzgeld drauf, von der anderen kann man gerade so leben. Die Preise, die Gomez für seine Vorräte nimmt, sind Wucher. Ist aber immer noch besser, als den ganzen Tag Reis zu fressen, wie im neuen Lager. Vielleicht weiß er, wo Dusty ist. Nee, Dusty finde ich hier nicht. Wo ist Dusty? Oder wer ist Dusty von den ganzen Wuddlern? Wie sieht's aus? Ich habe die letzten zwei Wochen in der... Ja, okay. Hier ist... Keiner Dusty. Wuddler, Wuddler? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich sch... Ich bin zu... Niemand schickt mich. Ein neuer. So. Ist das hier Dusty? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone... Ich bin zu... Niemand schickt... Ein neuer. Ja, okay. Hier unten haben wir auch noch zwei Wuddler. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erz... Ich bin zu... Niemand schickt... Ein neuer. Okay, wir haben jetzt tausendmal dasselbe gehört. Irgendjemand muss doch hier Dusty sein, oder? Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Ich habe schon seit... Okay. Auch wieder dasselbe. Wer findet jetzt Dusty sein? Wie oft habe ich euch Pennen angesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann! Lass mich bloß in Ruhe! Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Miene wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine! Ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse! Jetzt rennt jeder durch meine Hütte! Jeder Arsch! Hey, du! Ich habe gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen! Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie die Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf! Ich halte mich da links. Geht mir gleich noch jemand Probleme. Ich halte mich da links. Da ist Herrick. Aber wo war jetzt der eine Dude? Vielleicht können die Patten mir sagen, wo ich das nicht finde. Da war es nicht alles. Na, steht. Ich will wissen, wo finde ich... Nee, der kann mir auch nicht helfen. Warte mal. Hier. Äh, war... Äh, hier kommt jemand im alten Lager. Spielt aber ebenfalls mit dem Gedanken, dort abzuhauen. Aber wo hinten finde ich jetzt nun Dusty, äh? Dusty, da ist er ja! Ah, ich bin neu hier. Ich war im Lager der Sektor und hab Melvin getroffen. Ich war im Lager der Sektor und hab Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann! Er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss da hin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben Spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich hab zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Äh. Hab ich so viel Erz? Wo sehe ich jetzt nochmal mein Erz? 132. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir da hingehen? Äh, ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du so weit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ich bin bereit, lass uns losgehen. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nochtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. So, warte mal. Okay, die 100 Erz haben wir noch. Aber dann würde ich sagen, mit Dusty gehen wir in Richtung Sumpflager in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dann wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ihr das. Vielen Dank.